Hey, yo, Digi, sag mal, wie alt bist'n du eigentlich? Hä, schätz doch einfach mal. Boah, ich bin so schlecht im Schätzen, ne? Ich hab keine Ahnung, Mann. Hä, ja, egal, sag doch einfach, es war eh nur Spaß. Ja, so Ende 30. Sag mal, bist du nicht ganz dicht, mich so alt zu schätzen? Hä, was ist denn bei dir falsch? Ich hab doch geschätzt, Mann. Was ist daran so schlimm? Beruhig dich doch mal. Mann, ich bin Ende 20 und nicht Ende 30. Was fällt dir eigentlich ein? Gleich knallt es hier, aber richtig. Jetzt komm mal runter, entspann dich mal ne Runde. Das war doch nicht böse gemeint, so. Ich dachte das halt. Ja, stimmt, du hast recht. Manchmal bin ich echt aufbrausend. Tut mir leid, Digi, sorry. Ja, das merkt man. Was soll denn das schon wieder heißen, Mann? Digi, jetzt komm mal ganz gespannt runter. Ich bin hergekommen, weil wir heute hier einen saufen wollten. Wann geht's denn los, Alter? Ich hab Bock. Ja, okay, lass eben noch einkaufen gehen. Äh, ja, sag mal, kannst du eventuell bezahlen? Ich hab gar kein Geld dabei. Wär echt mega chillig. Ich hab gar keine遊